Was immer schon mit Wunsch war, mit Kindern zu arbeiten, habe ich mir überlegt, dass das soziale Jahr für mich genau das Richtige ist, mein Traumbüro für die Praxis zu testen. Mit der Spielkiste in Schlinz habe ich für mich den perfekten Einsatzbereich gefunden. Mein Team, mit dem ich fast ein Jahr zusammengearbeitet habe, hat mich sehr herzlich aufgenommen und ich hatte vom ersten Tag auch das Gefühl, dazu zu gehören. Meine Highlights in einem Jahr waren sehr vielseitig. Vor allem die Kinder, die mich jeden Tag zum Leben gebracht haben, und auch mit dem Team, was mir immer beseitig standen ist, waren meine größten Highlights. Außerdem habe ich in vielen verschiedenen Projekten, wie zum Beispiel Klausuren, Teamsitzungen, Supervisionen, Wahlspielgruppen, Elternarbeit und vieles mehr geteilt und habe dadurch ganz viel gelernt. Für mich persönlich wäre es die beste Entscheidung, das soziale Jahr zu machen, weil ich finde, dass das der beste Weg ist, die sozialen Berufsfelder kennenzulernen und durch den SPOV-Kurs mit Exkursionen und Workshops lernt man ganz viel. Ich bin in diesem Jahr mit meinem Wunsch, mit Kindern zu arbeiten nach mir bestätigt worden und werde deshalb im September mit der Pädagogischen Hochschule in St. Gallen beginnen. Beispiel in St. Gallen die